Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu DT Trainerherausforderung Genau, Trainerherausforderung Wir spielen wieder gegen Zech Zach Zacharias Zach Zach Er hat Stahl, ich glaub der wär vorjahr sogar noch recht gut DT Ich hab keine Ich hab hier nicht mal Energie Ich hab keine Energiekarten Was soll das? Ich hab das DT 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 Hier komm die erste Knitt nicht nachsehn was ich habe Das ist schon bisschen kacke Schade schade Ähm Schalte die obeste Karte des Decks an und schließend kannst du dein Decken mische ja dich und dich die hand also eben keine entwicklung aber dafür hat hat und sind jetzt die Strecke an er nicht wichtig jetzt mal so bin jetzt mal fertig auch gibt es nicht mehr kann ich jetzt auch nicht machen ja Bist du mich verarschen? Keine Karte, sonst was. Irgendwas. Aber warum gibst du mir nichts? So, hat die Karten. Mischo, deine Ankern, deine 6 Jahre schon jetzt 5 neue Karten. Mal sehen, ob ich jetzt 2 Karten Glück habe. So, auf Pikachu drauf. Danach Bakterien-Schock. Das aktive Pokémon ist jetzt vergiftet. Lege allein in das Pokémon. Ja. Zwei Basis-Pokémon, zeig sie deinem Gegner, nimm sie auf deine Hand. Also, einmal du. Und einmal du. Dann kann ich dich nehmen. Und so, hier drauf. Zwei brauche ich, ne? Also, eine fehlt. Vergiftet. Was, wir sagen, mich in ein langweiliges Netz, ne? Ich brauche eine Energie, kommt schon. Ich brauche eine Energie, kommt schon. Ich brauche eine Energie, kommt schon. Was soll das? Das ist fach, ne? Ich bin hier. die die das der mickrige aus aus und 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 Ich habe das Gefühl, der ist nachher weg. 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 Ich habe das Gefühl, der ist nachher weg.